Ich hab gar nicht besprochen. Ich hab gar nicht besprochen. Ich hab gar nicht besprochen. Ich kann nicht machen. Ich hab das alles ganz verstanden. Ich hab nicht so oft mit dem Schein. So schweigen wir dir nicht. Ich hab nicht besprochen. Ich hab nicht besprochen. Um den Kurs zu hoch zu hoch. Ja du musst noch mal zurück. Ja das muss dann den Kurs nochmal zurück. Das ist so ein Autofil. Die Test-Getlar. Ja der steht morgen. Ich mach dich mal. Ich hab dich mal zurück. ok. Aber wir werden noch mal zurück. Na ja, das ist der KW. Jetzt ist die KW. Ja. Gut, was genau ist. Ich meine, ihr wisst eh, wo ich euch fliehen könnt, ihr nicht.